Und zum Schluss. Normalerweise wäre noch ein Jahr vor der Wahl. CDU, CSU kommt in der Tat eine besondere Verantwortung zu. Und wir sind doch einig wie nie. Sie wissen, dass uns die Migration übrigens sehr entzweit hat nach 2015. Wir sind Gott sei Dank wieder zusammen und ich sage ausdrücklich Dankeschön an Friedrich Merz für seinen Kurs. Wir sind uns einig wie nie. Wir haben zwei starke Parteivorsitzende, den CDU-Vorsitzenden, den CSU-Vorsitzenden. Und wir werden aus diesen zwei Vorsitzenden einen Kandidaten machen. Einen Kandidaten für das Bundeskanzleramt. Es wird definitiv laufen, anders als 2021. Damals war es nämlich schlicht und einfach der falsche Kandidat. Wer es wird, wir werden uns einigen. Sie wissen, laut geschichtlich ist es so, die CSU kann nur, wenn die CDU einen bittet. Also Boris, kannst du mal was aufschreiben. Für mich ist Ministerpräsident das schönste Amt. Aber ich würde mich nicht drücken, Verantwortung für unser Land zu übernehmen. Ich darf Ihnen aber eines versprechen. Ministerpräsident oder Kanzler, so oder so, wir sind ein Team, wir sind eine Achse. Merz, Söder, der Fritz und der Markus, meine Damen und Herren, wir haben das gleiche Ziel. Und dieses Ziel ist das Höchste. Es geht nicht darum, wer es macht. Es geht darauf an, was am Ende rauskommt. Unser Ziel ist, die Ampel abzulösen und Deutschland zu erlösen, liebe Freunde und Freunde. Das ist unser historischer Auftrag.